Was? Ja, tut mir leid. Gibt's nicht mehr. Für immer? Für immer. Erstmal. Es kam der Künstler an zunächst ordinär vor. Sich Sex über eine dieser Datingseiten zu suchen. Handbeschleuniger X11? X74? Sein Profilbilder sahst du irgendwie anders aus. Gleichzeitig trifft in einem anderen Leben wieder diese Quellen der Unsicherheit um sich. Tut uns leid. Niemand hat ihre Tochter gesehen. Mein Kleid. Mein Kleid. Ich liebe ein Mädchen aus meiner Klasse. Svenja. Du hast keine Ahnung, was mir gerade passiert ist. Ich hab ein Angebot bekommen von so einem Arab. Der will mich für eine Stunde lang lecken. Gib das mal. Ja. Meine Frau sagt immer, ich hätte keine Struktur mehr. Keine Struktur. Ich hab jetzt auch nicht so ausgefallene Wünsche. Beschnitten. Mhm. Kann ich mal sehen. Prima. Vielen Dank. Ich schaff das jetzt allein. Allein? Schaffst du jetzt alles allein? Ja. Und ihm? Ihm blieb nichts. Außer tagtäglich die Träume aller Leute wegzuräumen. Ihre Tochter ist nicht tot. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Arbeite gerade dran. Jeder kann die Welt verändern. Ah! 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 Auch an anderer Stelle macht es sich jetzt vor Freude breit. Finden wir uns nicht? Wir haben euch gevögelt, glaube ich. Ja, ich kann mich erinnern. Ich kann mich nicht auf Stockholen sitzen. Ich kann mich nicht auf dem Spot. Sie nur wollen in euch zu sein. Das ist so schwer und erinnert! Ich bin für einける Weg und nur für ein kleines Sohn. Oh, nein. Ich bin gern. Ich bin gern. Bis zum nächsten Mal.